Ich habe regiert, wie ich sollte. Das sind wir, was die Menschen brauchen. Es war wahrhaftig Zeit zu handeln und die haben abgehandelt. Ich habe davon gehört, das ist eine gute Einrichtung, die unsere Herzogin ins Leben gerufen hat. Grunde gibt es meine Zeit, in der ich Entscheidungen treffen werde, und zwar ohne jedwede Beeinflussung eurer Sache. Ich habe jedoch immer nur versucht, Gutes zu tun für die Bürger eures Herzogtums, Göttingen Kallenberg. Gütiger Vater, vergib mir meine Schuld.